Ja, gibt es. So, meine Güte, du wirst hier gleich gegrillt, wa? Das ist doch mein Service. Ich mach dich gleich beim Aufstehen heiß. Meine Güte. Ich bin so antörnend heute. Am besten mit 140 Kilo. Mein imaginären. Mein Hinternhaaren. Ähm, ja. Ja, ich glaub hier war ich schon mal. Oder es gibt eine zweite Hülle. So. So. Meine Güte. Sehst du mal drauf? Ähm, Zerstörung verbessert. Das ist schon mal ganz super. Dankeschön. Ach, da ist auch noch einer. Gut. Bist du dir sicher? Du bremst hier gerade, nicht ich. Stimmt, das war ja hier was gewesen. Und man kann hier runtergehen und so weiter. Ähm. Hört auf euer Grab an. Siehst du, hier kann man da runtergehen. Und dann geht's weiter. Mit etwas. Ähm, hier war ich schon mal gewesen. Schon eine ganze Weile her. Ich glaub, die Leute sind da wieder gespawnt, weil ich das diesmal als Mission habe. Ähm. Na? Hallo. Ich seh ja nicht. Die kommen ja auch nicht raus. Ähm. Gut. Jetzt muss ich nur wieder raus hier. Irgendwie. Dann hab ich in einiges erledigt. So. Genau. Ähm, ja. Meine Fremse. Geh mal drauf. So. So. Gut. Ich ergebe mich. Naja, ich gebe darauf nicht. Na klar, du hast gleich den Bogen gezogen, also ehrlich. Ich glaube ja, es hackt. Ich glaube, es hackt, ich ergebe mich. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, stimmt, man kann ja hier runter. Genau. Super. Man kann also hier raus. Ich habe mich gerade gewundert, wo ist denn der Ausgang und so weiter? Wo geht es denn hier lang? Dann haben wir die Mission schon mindestens erledigt und können wir in die Ablager P packen. P packen, P packen. Nächste Mission, mal. Knochen für die Krähe. Steckbrief für die Krähenzahn. Okay. Er wüsste ja, was ich zu tun habe. Steckbrief. Bücher. Steckbrief. St. QRST. QRST. Und das ganze Alphabet. Puh, mein Finger tut weh. QRST. QRST. Steckbrief. Okay. Schriftrolle. Schriftrolle. Lies den Steckbrief. Das wird jetzt in Beide dauern. Ja, so. So. Ich bin da gerade mal bei E angelangt. Ähm, und da ich das jetzt nicht bei sonstiges Büchern und, äh, Schriftrollen gefunden habe, muss ich jetzt ganz einfach mal auf alles gehen. Eventuell finde ich das halt dann auch mal. Karpel nicht schon gut angekommen, das gefällt mir. Jetzt so, gleich. Steckbrief. Ähm, was ist denn die Steckverbindung? Schlüssel. SCH, SCH. Ja. I, K, P, A, 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 A. So. Aber hier ist kein Steckbrief. Ähm, für Crenzahn. Irgendwas mit Crenzahn. Ähm. Irgendwas mit Crenzahn. Dann gehe ich jetzt mal unter K. Äh. Äh. Q, R, S, T, K, K, K. K, K, K. K, 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 Krähe, Krähe, Krähezahn. Krähezahn. Nein. Ähm. Dann eventuell und da sonstiges. auch nicht hier und dann suchen wir uns eine andere Mission wenn die nicht da ist was ist hier finde ich das gestohlen nicht wert erfahren mehr über den Diebstahl von der Frosty Star okay da kann ich hinreißen da werde ich jetzt hinreißen ja 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 das ist schön da hat es toll gut aber manchmal hierhin und mal gucken was uns jetzt hier erwartet und aber ich kann ja mal gucken Nordwacht Einsamkeit Lagerhaus Festung Nordwacht da da reiße ich jetzt hin und hole erstmal meine Typen wieder ab weil dann könnte ich jetzt gut gebrauchen äh wenn es darum geht mir meine Gelee-Banane gerade raus zu suchen ja so ein Umblick so lecker 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 so da bin ich wieder folgt mir wir haben eine Mission wir müssen jetzt wir können direkt da hinreißen okay dann lasst uns mal da hin